Are you sick? He 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 Mama, come sit down I can't see Come in black, okay I'm all around my brain I notice, I'm just going to go off and move on Mama, mama mama komm und mir den Schuss Oh, you won't tell me Oh, you are my rosamino Give me the use of the exam Try to get me My skin is white La 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 Das war's. 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 Aber der Tag Und die Fähigkeit Wann die Mose Kleinmann, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin richtig begeistert. Bevor jetzt wieder die Musik völlig unkontrolliert angemacht wird, Scheiße, zujahre! Muss ich mal eben ganz kurz einen sehr guten Freund an das Mikro bitten. Supermord! Der unbedingt noch ein, zwei Sachen... Was wird denn? Mann! Weil ich mir das von ihm gewünscht habe. Das muss ja nicht sein. Das sieht ja keiner. Na klar, du hast das drauf genommen, ey. Ja. Aber das sieht keiner. Nur wenn du es sehen willst. So, Moment, halt hier beide jetzt. So, jetzt habe ich deine Auffassung. Na ja, die Kamera will ich jetzt nicht. Ja, mach, mach. Kannst du aufnehmen? Ich will nicht aufnehmen, ich will wählen von allen. Ja, machen wir. Wir haben beide ein Bild von... So, hallo nochmal. Grüßt habe ich ja vorhin schon alle. Ich sage nochmal Hallo für die Gäste, die hier zugekommen sind. Guten Morgen, genau. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich freue mich jetzt nochmal, was auf meiner Gitarre spielen zu können. Nachdem ich dir hier hergetragen habe. Kommt noch näher da hinten. Nicht so schüchtern da am Eingang. Hier vorne spielt die Musik. So, aber ich habe natürlich die ganzen anderthalb Stunden überlegt, was ich vielleicht auch noch dazu beitragen könnte. Und du willst dich gleich sein, glaube ich, als du dir... Und du willst dich gleich sein, glaube ich, als du dir... Oh, moin. Oh, moin. Du bist ja gerade. Los, ihr gleich. Ich habe mir das auch gemeint gesagt, in das Mikrofon zu singen, wenn ich das hier so ein bisschen hochstelle. Oh, ey. Lass dich überraschen. Oh, ey. Lass mich überraschen. Lass mich überraschen. Genau, das wäre eine Nummer für sich. Ist der für mich? Ja. Der sieht so aus. Ich bin lauter. Ich mache mich ja gar nicht. Ja, ein bisschen. Ich kann mal selber machen. Hey, hör mal. Also, ich glaube, es gibt keinen perfekteren Übergang. Ich habe das schon lauter gestellt. Kommt noch nach vorne hier. Ich habe das doch schon mal gesehen. Aber vorsichtig da. Richtig. Hol doch mal die da vom Eingang raus. Habe ich nicht mit denen zusammen studiert? Soll ich denn auch so durchdruckt? Aber er weiß nicht, dass er gemeint ist. Das war's, was wir hinten vergessen hast. Okay. Yeah, wenn ich von dem Eingang rauskomme. Ja. Ich war's. Ja. Ich war's. Es ist, was wir jetzt. Wir sind riesig. Es ist sicher. Nein. 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 Wir sind das zu tun. Ich suche. Das war's für heute. Ja, alles klar, Peter. Hi, Chef. Ich weiß, was jetzt bin ich, bin ich drauf, war. Du hast mich gar nicht gefragt, ob du mich filmst hast. Ich weiß, was jetzt bin ich, bin ich drauf, war.